Zwei Hektar Natur, mitten im Herzen der Augsburger Altstadt. Es fühlt sich so an, als betritt man hier eine völlig andere Welt. Der Klostergarten von St. Stephan ist eine der ältesten Gärten Augsburgs. Seine Geschichte geht weit über die des Klosters hinaus. Da wo wir jetzt stehen, war vor 2000 Jahren eine Straße und war das Zentrum der römischen Siedlung, vermutlich auch Gebäude des Forums. Und bis heute ist am Pavillon, der in der Mitte des Gartens steht, die Vermutung sehr naheliegend, dass sich hier die Hauptstraßen der alten römischen Stadt gekreuzt haben. Später nutzten Augsburger Patrizierfamilien dieses Areal als Privatgarten. Erst mit der Gründung der Benediktinerabtei St. Stephan Mitte des 19. Jahrhunderts ging der Garten dann in den Besitz des Klosters über. Seit jeher dient die Fläche zum Anbau von Obst und Gemüse. Mit den Früchten der rund 120 Obstbäume, mit all den Beeren, die in diesem Jahr ganz besonders üppig an den Sträuchern hängen und dem Gemüse, das von den Gärtnern Tag für Tag viel Aufmerksamkeit bekommt, kann ein Großteil der Jahresversorgung von Tagesinternat und Kloster gedeckt werden. Und da sind ja auch noch die Sankt-Stefans-Bienen. Durchschnittlich acht bis neun Völker leben und arbeiten hier. Und ganz nebenbei sorgen sie für eine gute Atmosphäre und mehr Ertrag. Die Obstbäume bringen, wenn Bienen da sind, mehr Obst und besseres Obst, größere Äpfel, gesündere Äpfel, das weiß man auch erst seit kurzem, und die Bienen, die haben diesen Vorteil gegenüber anderen Insekten, dass sie eben immer an den gleichen Blüten bleiben. Sie sind eben entweder am Apfelbaum oder am Birnbaum oder und befuchten dann eben diese Bäume. Andere Hummeln und so weiter, die gehen mal von dieser Blüte mal zu jener Blüte, zu anderen Blüten, sind dadurch nicht so wichtig für den Bestand unseres Obstes. Der Klostergarten St. Stephan ist für die Bienen ein kleines Paradies, denn hier blüht es an allen Ecken. Mitten in der Stadt ist das schon etwas Besonderes. Der Sankt-Stephans-Honig schmeckt daher auch nicht wie jeder andere Honig. Doch den Benediktinern geht es bei ihrem Garten nicht nur um den Ertrag. Seit jeher gehören Gärten zu Klöstern als Orte des Rückzugs und der Regeneration. Für einen Teil meiner Mitbrüder und für mich selber ist es immer auch ein Ausgleich, hier arbeiten zu können und neben der Verwaltungs-, Büroarbeit und all dem, was wir sonst so zu tun haben, auch in der Natur zu erleben, dass etwas wächst und gedeiht und dass hier vieler vielfältiges Leben ist. Und so sieht man hier immer wieder Patres, die entlang der Wege schlendern oder die Ruhe des Gartens für eine kleine Verschnaufpause nutzen. Doch genug geruht. Frater Leonhard hat heute Morgen ein ganz bestimmtes Ziel. Seit vier Jahren betreut er die Wetterstation im Südosten des Gartens. Akribisch protokolliert er jeden Tag Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Nicht ganz unwichtig für die Klimaforschung in Bayern. Sie ist deshalb bedeutend, weil über einen langen Zeitraum die Wetterdaten hier aufgezeichnet werden. Domkapitola Augustin Stark hat 1812 begonnen mit den Aufzeichnungen, die Benediktine von St. Stephan dann 1838 und sie leisten diesen Dienst gerne bis heute. Seit mehr als 170 Jahren wird hier in St. Stephan, also das Wettergeschehen Augsburgs, aufgezeichnet. Gerade für die vergleichende Meteorologie ist dies von unschätzbarem Wert. Doch nicht nur das Wetter beobachten die Benediktiner in ihrem Klostergarten. Auch die Sterne haben sie jederzeit im Blick, dank einer klostereigenen Sternwarte. Manchmal sitzt Pater Gregor einfach nur hier und entspannt beim Blick in den Himmel. Seine Liebe zur Astronomie und seine Liebe zu Gott sind für ihn kein Widerspruch. Weil einfach der Blick an den Nachthimmel ein Gefühl erzeugt, dass da etwas Größeres ist als der Mensch. Und das fügt sich natürlich auch zum Gottesbild zusammen, wenn man von einem Schöpfer spricht, der die Welt, das Firmament und alles erschaffen hat, den ganzen Kosmos. Und das schließt sich auch durchaus nicht aus, die moderne Physik und der Glaube an einen Schöpfergott. Und dann zeigt uns Pater Gregor schließlich noch, dass es für spannende Himmelsbeobachtungen nicht immer sternklare Nacht sein muss. Die sogenannten Sonnenflecken sind mit dem bloßen Auge nur schwer sichtbar. Es sind dunkle Stellen auf der Sonnenoberfläche, die kühler sind und daher weniger sichtbares Licht abstrahlen. Es gibt wirklich viele interessante Dinge hier im Klostergarten St. Stephan. Doch die Natur ist es, die wirklich alle in ihren Band sieht. Musik 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 Musik